Noah Guck 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 Ich zew dich Ich zew dich Hihihihihihi Hihihihi Bo ist mami Bo ist mami Bo ist zihin Ich weiß es nicht Ist in der Küche Ist sie in der Speisekomme? Nein, 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 wo kann sie sein? Guck, guck! Guck, guck! Ich sehe dich! Ich sehe dich! Hi, Gigi! Hi, Huggy! Wo ist Gigi? Wo ist Gigi? Wo ist sie hin? Ich weiß es nicht Ist sie im Garten? Ist sie im Hinterhof? Nein, 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 wo kann sie nur sein? Kuk, 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 ich sedih, ich sedih Wo ist Papi? Wo ist Papi? Wo ist er hin? Ich weiß es nicht Ist er im Garten? Ist er im Gebusch? Nein, 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 wo kann er sein? Kuk, 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 k Fünf kleine Affen springen auf dem Bett Kiki rief den Arzt an und er sagte Kein Affen mehr, die auf das Bett schenken Vier kleine Affen springen auf dem Bett Eine Führer unter und schlug seinen Kopf an Oh nein! Kiki rief den Arzt an und er sagte Kein Affen mehr, die auf das Bett springen Drei kleine Affen springen auf dem Bett Eine Führer unter und schlug seinen Kopf an Oh nein! Kiki rief den Arzt an und er sagte Kein Affen mehr, die auf das Bett springen Zwei kleine Affen springen auf dem Bett Eine Führer unter und schlug seinen Kopf an Oh nein! Kiki rief den Arzt an und er sagte Kein Affen mehr, die auf das Bett springen Kiki rief den Arzt an und er sagte Ein kleiner Affen springt auf dem Bett Er führ runter und schlug seinen Kopf an Oh nein! Kiki rief den Arzt an und er sagte Bring alle diese Affen wieder ins Bett Nein! 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 Nein nein! Nein nein! Nein nein! Bei uns sagen die Wir sind heute bei Zomi eingeladen. Wir würden wirklich gerne gehen. Wir versprechen, dass wir wirklich nicht lange bleiben. Sorry, aber ich sage Nein. Hä? Nein. Nein, nein. Bitte. Nein, nein. Warum? Na, weil morgen Schule ist. Nein, nein. Das heißt Nein. Papa, kriegen wir noch ein Stück Kuchen? Ich liebe diese Schokoglasur. Wir versprechen, dass wir nur ein kleines Stückchen nehmen. Sorry, doch die Antwort ist Nein. Hä? Nein, nein, nein. Bitte. Nein, nein. Warum? Denn die es zu viel Zucker. Nein, nein, nein. Das heißt Nein. Weil du noch zu klein bist, du kannst noch nicht für dich entscheiden. Wenn du älter bist, wirst du sehen, warum du unsere Hilfe brauchst. Können wir noch ein bisschen im Fernsehen schauen? Mama, das ist unsere Lieblingsshow. Nur noch eine Folge und dann gehen wir schlafen. Sorry, aber wir sagen Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Warum sagen die immer Nein? Nein, nein. Nein, nein. Bitte. Nein. Ich möchte nicht mein Zimmer aufräumen. Ich möchte nicht früh aufstehen. Ich möchte meine Zellen nicht putzen oder baden gehen oder schlafen gehen. Ich möchte einfach Fernsehen schauen und ich möchte Eistream essen. Ich möchte gerne Spiele spielen und verstecken und Simon sagt. Ich möchte nicht. Ich möchte nicht. Ich möchte nicht. Ich möchte nicht. Nein, auf keinen Fall. Ich möchte nicht. 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 Nein, auf keinen Fall. Ich werde nicht. Ich werde nicht. Ich werde nicht. Nein, nicht heute. Also wollt ihr das nicht wieder besser aus euren Köpfen streichen? Sorry, Mama. Sorry, Papa. Wir werden versuchen, das zu tun, was ihr uns sagt. Kommt her. Wir werden euch jetzt ins Bett bringen. Morgen ist wieder Schule. Hallo. Die Krankenwagenräder gehen rund und rund, rund und rund, rund und rund. Die Krankenwagenräder gehen rund und rund, durch die ganze Stadt. Die Krankenwagenräder gehen rund, durch die ganze Stadt. Die Krankenwagenräder gehen blitz, 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 blitz. Die Krankenwagenräder gehen blitz, 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 durch die ganze Stadt. Das Krankenwagenrupe macht Piep, 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 Das Krankenwagenrupe macht Piep, Piep, Piep durch die ganze Stadt. Der Krankenwagenfahrer sagt, komme durch, komme durch, komme durch. Der Krankenwagenfahrer sagt, komme durch, durch die ganze Stadt. Durch die ganze Stadt. Durch die ganze Stadt. Durch die ganze Stadt.